Meine Lieben, ja, endlich ist es soweit. Heute kommt das Video zur Februar-Monatsverlosung. Und wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen habt, wird es in diesem Monat was von der Firma Yankee Candle zu gewinnen geben. Beziehungsweise es wird zwei kleine Sets zu gewinnen geben, also auch zwei Gewinnerinnen. Und das erste Set besteht aus diesen zwölf Teelichtern in der Duftrichtung Strawberry Buttercream. Riecht auch schon sehr, sehr süß. Und dieses Teelichtglas, also hier oben mit so einer kleinen Kette, das ist, ja, ich würde sagen rosa. Ja, das ist das erste Set. Und das zweite Set besteht ebenfalls aus zwölf Teelichtern in der Duftrichtung Cherry Blossom. Riecht aber auch gut. Und ebenfalls ein Teelicht, wie das eben. Ja, könnt ihr dann eure Yankee Candle Teelichter reinstellen. Wie gesagt, erstes Set Teelichthalter und die Strawberry Buttercream Teelichter. Und das zweite Set Teelichter in Cherry Blossom und ebenfalls ein Teelichthalter dazu. Ups, bleibt hier. Ja, ähm. Jetzt kommen die allseits beliebten, bekannten Regeln, die ja immer sein müssen. Also, als allererstes, ihr müsst Abonnent sein, da lasst ihr auch nicht mit mir reden. Ähm. Wenn ihr unter 18 seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern, beziehungsweise ich muss euer Geburtsdatum erstmal wissen. Und falls ihr unter 18 seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern, damit ihr mir eure Adresse geben könnt. Und Kommentare werden nur unter diesem Video gezählt. Sie werden nicht per Mail gezählt, nicht unter anderen, ähm, Videos. Und was ich in diesem Monat von euch wissen möchte, ist, ob ihr Yankee Candle kennt oder nicht. Ob ihr selber welche habt oder auch nicht. Ähm. Und ob es Lieblingsduftrichtungen gibt oder ob ihr auch sagt, nee, da gibt es Düfte, die mag ich absolut nicht. Gibt es auch. Äh, kenne ich auch ein paar von, die ich absolut nicht riechen kann hiervon. Ja. So, wie gesagt, das möchte ich diesen Monat von euch wissen. Kommentare nur unter diesem Video. Ähm. Ähm, eine Sache noch. Das ist keine Bedingung, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video vielleicht ein Däumchen hoch... Oh, ich hab so einen komischen Daumen. Könnt ihr das auch? Die überlappen immer so. Also wäre jetzt ein... Ich hoffe, das war jetzt nicht wieder zu viel für Leute mit, die das nicht sehen können. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Däumchen hoch gebt. Ähm, das ist aber keine Bedingung, also das müsst ihr nicht machen. Ich würde mich aber freuen. So, haben wir alles, die zwei Sets. Äh, wenn ihr unter 18 seid. T-t-t-t-t-t-t. Ja. Die Verlosung wird bis zum 27. Januar, äh Februar, ja, Januar, nächsten Jahres. Nein. Die Verlosung wird bis zum 27. Februar gehen. Danach werden wieder keine Kommentare mehr gezählt und ich werde mich als Auslosen machen. Beziehungsweise es wird mit Random Org ausgelost. So. Ach so, eine Sache noch, äh, nur noch ganz kleine. Die Gewinnerin vom Schmuckständer oder O-Ringhalter, die ich ausgelost habe, hat sich bislang noch nicht bei mir gemeldet. Ich habe aber gesehen, dass sie, äh, fleißig beim Kommentieren und Bewerten ist. Von daher, wenn die Dame sich bei mir bis Freitag nicht gemeldet hat, dann wird das Ganze nochmal neu ausgelost und, äh, dazu wird es dann aber kein extra Video geben, sondern ich werde die Gewinnerin dann einfach nochmal, äh, via YouTube anschreiben und, ähm, vielleicht möchte die ja den O-Ringhalter dann haben. Wie gesagt, alles weitere, nochmal Teilregeln für die Verlosung stehen unten in der Infobox, wenn ihr noch was nachlesen wollt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch mitmachen und ich hoffe, die Preise in diesem Monat gefallen euch auch. Ich habe mir ja Mühe gegeben beim Aussuchen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!